Sie wollen sich Ihre elektronischen Kontoauszüge ansehen oder eine Nachricht an uns senden? In der Digital Banking App der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank ist das jederzeit möglich. In diesem Video erfahren Sie, wie es geht. Locken Sie sich in Ihre Digital Banking App ein und klicken Sie im Startscreen auf das Nachrichtensymbol. Das ist die Glocke neben Ihrem Profilbild. Danach auf Alle Nachrichten und auf Schließfach klicken und es öffnet sich Ihr Schließfach. In diesem finden Sie Kontoauszüge, Mitteilungen und Dokumente, die von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank für Sie bereitgestellt werden. Mit einem Klick auf eine Mitteilung bekommen Sie eine Detailansicht der Nachricht und können sich ein PDF davon downloaden. Um Ihrer Bank eine Nachricht zu senden, klicken Sie auf den Reiter Nachrichten. Auf der Nachrichtenseite klicken Sie auf Neue Nachricht. Hier geben Sie Ihrer Nachricht einen Betreff und wählen über das Dropdown-Menü aus, an wen die Nachricht gesendet werden soll. In diesem Fall an die Electronic Banking Hotline. Im Textfeld Nachrichtentext können Sie jetzt Ihre Nachricht eingeben. Wenn Sie Ihrer Nachricht eine Datei hinzufügen möchten, können Sie das über den Button Datei hochladen tun. Mit Klick auf den Senden-Button wird Ihre Nachricht abgeschickt. So können Sie uns einfach und schnell Nachrichten direkt in Ihrem Digital Banking senden.